Um wie viel Uhr kommt der Babysitter vorbei? Sie kommt in fünf Minuten vorbei und wir treffen Bill und Sarah um 8 Uhr. Okay, denk dran die Babynahrung in der Küche hinzustellen. Das habe ich bereits gemacht. Wo ist nur sein Kuscheltier geblieben? Ich meine mich zu erinnern, dass er es aus seinem Babybett geschmissen hat. Okay, ich gehe mal und sehe im Schlafzimmer nach. Kannst du bitte seine Flasche sauber machen? Sie ist doch schon sauber, oder? Nein, ist sie nicht. Beeil dich, wir müssen bald los. Der Tisch ist für 8 Uhr gebucht. Hast du bereits den Schwangerschaftstest gemacht? Ja, habe ich. Ich bin schwanger. Eine tolle Neuigkeit. Glückwunsch! Wann hast du deinen ersten Ultraschall? Ich bin mir nicht sicher. Dies ist meine erste Schwangerschaft. Keine Bange. Alles wird gut verlaufen. Wirst du dein Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen? Nein, ich glaube nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Wehen. Keine Bange. Du schaffst das schon. Meine Schwester ist eine Hebamme am Krankenhaus. Vielleicht holt sie das Kind. Das wäre toll. Hallo, Frau Smith. Ich bin ein Polizist. Ich rufe wegen Ihres Autos an. Ach du meine Güte. Worin besteht das Problem? Ich bin nämlich gerade im Urlaub. Okay, aber lassen Sie mich etwas überprüfen. Sie wohnen in der Baker Street. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ist alles in Ordnung? Tut mir leid, aber Ihr Auto wurde heute Morgen um 10 Uhr als gestohlen gemeldet. Ein Nachbar hat gesehen, wie die Diebe weggefahren sind. Wollen Sie damit sagen, dass mein Auto nicht vor meinem Haus steht? Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann, Herr Polizist. Leider wurde das auf Ihre Adresse zugelassene Auto gestohlen. Sobald Sie aus dem Urlaub zurück sind, müssen Sie auf die Polizeiwache kommen, damit wir die Details im Einzelnen durchgehen können. Ja, ich verstehe. Ich hoffe, dass Sie den Täter bald finden. Ich stimme Ihnen ganz und gar nicht zu. Es ist ein lächerlicher Vorschlag. Was meinst du? Ich stimme dir zu. Ich bin den Plänen ablehnend gegenüber eingestellt. Hast du gestern gesehen, wie der Premierminister interviewt wurde? Er hat keinen der Punkte, die der Interviewer genannt hat, anerkannt. Ja, ich habe es in den Nachrichten gesehen. Er hat aber zugestanden, dass die Regierung jedoch mehr tun muss. Das ist wahr, aber Sie müssen immer noch erkennen, was die Öffentlichkeit will. Ich kann mir vorstellen, dass noch mehr Leute in den nächsten Wochen viele Fragen stellen werden. Ja, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Fragen für ihn. Guten Abend Guten Abend Guten Abend Guten Abend Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Haben Sie schon einmal hier gegessen? Nein, das ist mein erstes Mal. Das Essen ist hier sehr gut. Nein, das ist mein erstes Mal. Das Essen ist hier sehr gut. Was empfehlen Sie? Was empfehlen Sie? Die Pizza ist fantastisch. Die Pizza ist fantastisch. Ich liebe Pizza. Ich liebe Pizza. Ich liebe Pizza. Was möchten Sie trinken? Ein Bier, bitte? Ein Bier, bitte. Ich nehme ein Wasser. Ich nehme ein Wasser. Ein Bier, bitte. Ich nehme ein Wasser. Ich nehme ein Wasser. Ich nehme ein Wasser. Ich habe ein Wasser. Was nehmen Sie als Hauptgericht? Ich probiere die Pizza. Ich nehme die Pasta. Klingt gut. Mögen Sie scharfes Essen? Ja, sehr. Ich auch. Ja, sehr. Ich auch. Kommen Sie oft hierher? Ab und zu. Kommen Sie oft hierher? Ab und zu. Arbeiten Sie in der Nähe? Ja, gleich um die Ecke. Arbeiten Sie in der Nähe? Ja, gleich um die Ecke. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Interessant. Und Sie? Interessant. Und Sie? Ich bin Ingenieur. Das klingt anspruchsvoll. Ich bin Ingenieur. Das klingt anspruchsvoll. Manchmal. Haben Sie Kinder? Manchmal. Haben Sie Kinder? Nein, und Sie? Auch nicht. Nein, und Sie? Auch nicht. Reisen Sie gerne. Sehr gerne. Reisen Sie gerne. Wo waren Sie zuletzt? In Italien. Wo waren Sie zuletzt? In Italien. In Italien. In Italien. Ich liebe Italien. Es ist wunderschön dort. Ich liebe Italien. Es ist wunderschön dort. In Italien. In Rom. In Italien. In Italien. In Rom. Rom ist fantastisch. absolut. Rom ist fantastisch. absolut. Haben Sie Hobbys? Ich lese gerne. Haben Sie Hobbys? Ich lese gerne. Ich auch. Was lesen Sie? Romane meistens. Ich auch. Was lesen Sie? Romane meistens. Haben Sie einen Lieblingsautor? Ich mag viele. Haben Sie einen Lieblingsautor? Ich mag viele. Musik oder Filme? Filme. Musik oder Filme? Filme. Welche Art von Filmen? Komödien. Welche Art von Filmen? Komödien. Ich auch. Gehen wir oft ins Kino? Ich auch. Gehen wir oft ins Kino? Nicht so oft. Was ist mit Sport? Nicht so oft. Was ist mit Sport? Ich spiele Tennis. Das ist toll. Ich spiele Tennis. Das ist toll. Spielen Sie auch? Nein. Ich schwimme. Spielen Sie auch? Nein. Ich schwimme. Schwimmen ist gesund. Schwimmen ist gesund. Schwimmen ist gesund. Ja, ich liebe es. Schwimmen ist gesund. Schwimmen ist gesund. Ja, ich liebe es. Warum nicht? Gehen wir mal zusammen schwimmen? Warum nicht? Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich liebe Sushi. Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich liebe Sushi. Ich auch. Essen wir nachher Sushi? Ich auch. Essen wir nachher Sushi? Gute Idee. Wie alt sind Sie? Gute Idee. Wie alt sind Sie? Ich bin dreißig. Ich bin achtundzwanzigster. Ich bin dreißig. Ich bin achtundzwanzigster. Wo wohnen Sie? In Berlin. Wo wohnen Sie? In Berlin. Ich bin dreißigster. Ich bin dreißigster. Ich bin dreißigster. Ich bin dreißigster. In welchem Teil? In den Mitten In die Mitte. Ich bin flach. In Mitte. Das ist ein Zufall. Wirklich. Möchten Sie tanzen gehen? Ich liebe tanzen. Möchten Sie tanzen gehen? Ich liebe tanzen. Tanzen wir nach dem Essen? Sehr gerne. Tanzen wir nach dem Essen? Sehr gerne. Kennen Sie einen guten Ort? Ja, in der Nähe. Kennen Sie einen guten Ort? Ja, in der Nähe. Perfekt. Wann treffen wir uns wieder? Perfekt. Wann treffen wir uns wieder? Wie wäre es morgen? Klingt gut. Wie wäre es morgen? Klingt gut. Lassen Sie uns die Rechnung teilen. In Ordnung. Lassen Sie uns die Rechnung teilen. In Ordnung. Danke für den schönen Abend. Danke, mir hat es auch gefallen. Danke für den schönen Abend. Danke, mir hat es auch gefallen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Haben Sie schon einmal hier gegessen? Auch gut, danke. Haben Sie schon einmal hier gegessen? Nein, das ist mein erstes Mal. Das Essen ist hier sehr gut. Nein, das ist mein erstes Mal. Das Essen ist hier sehr gut. Was empfehlen Sie? Die Pizza ist fantastisch. Was empfehlen Sie? Die Pizza ist fantastisch. Ich liebe Pizza. Was möchten Sie trinken? Ich liebe Pizza. Was möchten Sie trinken? Ein Bier, bitte. Ich nehme ein Wasser. Ein Bier, bitte. Ich nehme ein Wasser. Möchten Sie eine Vorspeise? Ja, vielleicht Salat? Möchten Sie eine Vorspeise? Ja, vielleicht Salat? Gute Idee, ich auch. Was nehmen Sie als Hauptgericht? Gute Idee, ich auch. Was nehmen Sie als Hauptgericht? Ich probiere die Pizza. Ich nehme die Pasta. Ich probiere die Pizza. Ich nehme die Pasta. Klingt gut. Möchten Sie scharfes Essen? Klingt gut. Möchten Sie scharfes Essen? Möchten Sie scharfes Essen? Ja, sehr. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Ich bin sehr. Kommen Sie oft hierher? ab und zu. Kommen Sie oft hierher? ab und zu. Arbeiten Sie in der Nähe? Ja, gleich um die Ecke. Arbeiten Sie in der Nähe? Ja, gleich um die Ecke. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Interessant? Und Sie? Interessant? Und Sie? Ich bin Ingenieur. Das klingt anspruchsvoll. Ich bin Ingenieur. Das klingt anspruchsvoll. Manchmal. Manchmal. Haben Sie Kinder? Manchmal. Auch nicht. Nein, und Sie? Auch nicht. Reisen Sie gerne. Reisen Sie gerne. Sehr gerne. Wo waren Sie zuletzt? In Italien. Wo waren Sie zuletzt? In Italien. Ich liebe Italien. Es ist wunderschön dort. Ich liebe Italien. Es ist wunderschön dort. Es ist wunderschön dort. Es ist wunderschön dort. Wo waren Sie in Italien? In Rom. Rom ist fantastisch. Absolut. Rom ist fantastisch. Absolut. Es ist wunderschön dort. Haben Sie Hobbys? Ich lese gerne. Haben Sie Hobbys? Ich lese gerne. Romane. Ich lese gerne. Ich lese gerne. Ich lese gerne. Was lese gerne? icial patriέρisch Iv Mattelik? Ich lese gerne. too!. Spiel profund. Was lese gerne? Was lese gerne? Sie lese gerne. heater giftigen. Ich lese gerne. Haben Sie einen Lieblingsautor? Ich mag viele. Haben Sie einen Lieblingsautor? Ich mag viele. Musik oder Filme? Filme Musik oder Filme? Filme Welche Art von Filmen? Komödien Welche Art von Filmen? Komödien Ich auch Gehen wir oft ins Kino? Ich auch Gehen wir oft ins Kino? Nicht so oft Was ist mit Sport? Nicht so oft Was ist mit Sport? Ich spiele Tennis Das ist toll Ich spiele Tennis Das ist toll Spielen Sie auch? Nein, ich schwimme Spielen Sie auch? Nein, ich schwimme Schwimmen ist gesund Ja, ich liebe es Schwimmen ist gesund Ja, ich liebe es Gehen wir mal zusammen schwimmen? Warum nicht? Gehen wir mal zusammen schwimmen? Warum nicht? Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich liebe Sushi Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich liebe Sushi Ich auch Essen wir nachher Sushi? Ich auch Essen wir nachher Sushi? Gute Idee Wie alt sind Sie? Gute Idee Wie alt sind Sie? Ich bin dreißig Ich bin achtundzwanzigster Ich bin dreißig Ich bin achtundzwanzigster Wo wohnen Sie? In Berlin Wo wohnen Sie? In Berlin Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich bin dreißigster In welchem Teil? In welchem Teil? In welchem Teil? In Mitte. Ich auch. In Mitte. Ich auch. Das ist ein Zufall. Wirklich. Das ist ein Zufall. Wirklich. Möchten Sie tanzen gehen? Ich liebe tanzen. Möchten Sie tanzen gehen? Ich liebe tanzen. Tanzen wir nach dem Essen? sehr gerne. Tanzen wir nach dem Essen? sehr gerne. Kennen Sie einen guten Ort? Ja, in der Nähe. Kennen Sie einen guten Ort? Ja, in der Nähe. Perfekt. Wann treffen wir uns wieder? Wann treffen wir uns wieder? Wie wäre es morgen? Pingt gut. Pingt gut. Wie wäre es morgen? Pingt gut. Lassen Sie uns die Rechnung teilen. In Ordnung. Lassen Sie uns die Rechnung teilen. In Ordnung. Danke für den schönen Abend. Danke, mir hat es auch gefallen. Guten Morgen, Jonas. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Jonas. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Papa. mir geht es gut. Danke. und dir? Guten Morgen, Papa. mir geht es gut. Danke. und dir? mir geht es gut. mir geht es auch gut. Jonas, ich möchte mit dir über die Schule sprechen. mir geht es auch gut. Jonas, ich möchte mit dir über die Schule sprechen. ja, Papa? was ist mit der Schule? ja, Papa? was ist mit der Schule? ich habe gesehen, dass deine Noten gefallen sind. es ist wichtig, dass du mehr lernst. ich habe gesehen, dass deine Noten gefallen sind. es ist wichtig, dass du mehr lernst. ich weiß, Papa. ich werde versuchen, mehr Zeit mit meinen Hausaufgaben zu verbringen. ich weiß, Papa. ich werde versuchen, mehr Zeit mit meinen Hausaufgaben zu verbringen. das ist gut, Jonas. ich weiß, Jonas. Bildung ist sehr wichtig für deine Zukunft. du solltest auch genügend schlafen. das ist gut, Jonas. Bildung ist sehr wichtig für deine Zukunft. du solltest auch genügend schlafen. danke für den Rat, Papa. danke für den Rat, Papa ich werde mein Bestes geben. danke für den Rat, Papa ich werde mein Bestes geben. Ich bin immer hier, um dir zu helfen. Wir können zusammen einen Plan machen, um deine Zeit besser zu organisieren. Ich bin immer hier, um dir zu helfen. Wir können zusammen einen Plan machen, um deine Zeit besser zu organisieren. Das klingt gut. Ich möchte meine Noten verbessern. Das klingt gut. Ich möchte meine Noten verbessern. Das freut mich zu hören. Lass uns zusammenarbeiten und positiv bleiben. Das freut mich zu hören. Lass uns zusammenarbeiten und positiv bleiben. Wie können wir anfangen, Papa? Hast du Ideen? Wie können wir anfangen, Papa? Hast du Ideen? Ja, zuerst sollten wir einen festen Zeitplan für deine Hausaufgaben und Lernzeiten erstellen. Ja, zuerst sollten wir einen festen Zeitplan für deine Hausaufgaben und Lernzeiten erstellen. Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause. Dann spiele ich ein bisschen und mache danach meine Hausaufgaben. Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause. Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause. Dann spiele ich ein bisschen und mache danach meine Hausaufgaben. Gut, wir können eine bestimmte Zeit zum Lernen festlegen. Wie wäre es, wenn du jeden Tag von 16 bis 18 Uhr lernst? Das klingt machbar. Ich denke, das kann ich tun. Das klingt machbar. Ich denke, das kann ich tun. Perfekt. Und denk daran, Pausen sind auch wichtig. Du kannst nach jeder Stunde eine kurze Pause machen. Und denk daran, Pausen sind auch wichtig. Du kannst nach jeder Stunde eine kurze Pause machen. Verstanden, Papa. Ich werde sicherstellen, dass ich Pausen mache und mich nicht zu sehr anstrenge. Ich werde sicherstellen, dass ich Pausen mache und mich nicht zu sehr anstrenge. Ich bin stolz auf dich, dass du bereit bist, Veränderungen zu machen. Ich bin stolz auf dich, dass du bereit bist, Veränderungen zu machen. Ich bin stolz auf dich, Veränderungen zu machen. ONG für deine Unterstützung. Ich fühle mich besser, jetzt wo wir einen Plan haben. Immer gerne, mein Sohn Lass uns positiv in die Zukunft blicken und hart arbeiten. Immer gerne, mein Sohn Lass uns positiv in die Zukunft blicken und hart arbeiten. Ja, Papa Ich möchte dich stolz machen und gute Noten bekommen. Ja, Papa Ich möchte dich stolz machen und gute Noten bekommen. Du machst mich bereits stolz, Jonas, indem du verantwortlich bist und dich bemühst. Gute Noten sind wichtig, aber dein Einsatz und deine Einstellung sind es ebenso. Du machst mich bereits stolz, Jonas, indem du verantwortlich bist und dich bemühst. Gute Noten sind wichtig, aber dein Einsatz und deine Einstellung sind es ebenso. Ich verstehe, Papa Es geht nicht nur um die Noten, sondern auch darum, wie ich lerne und wachse. Ich verstehe, Papa Es geht nicht nur um die Noten, sondern auch darum, wie ich lerne und wachse. Genau, Jonas Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Wir lernen aus Erfahrungen, nicht nur aus Büchern. Ich werde versuchen, aus allem, was ich will. Ich werde versuchen, aus allem, was ich tue, zu lernen, nicht nur in der Schule. Ich werde versuchen, aus allem, was ich tue, zu lernen, nicht nur in der Schule. Ich werde bald, mein Sohn Und ich werde immer hier sein, um dich zu unterstützen und zu leiten. Das ist der richtige Weg, mein Sohn. Und ich werde immer hier sein, um dich zu unterstützen und zu leiten. Danke, Papa. Deine Worte geben mir viel Mut und Motivation. Danke, Papa. Deine Worte geben mir viel Mut und Motivation. Es ist mir eine Freude, Jonas. Erinnere dich immer daran, dass du alles erreichen kannst, wenn du hart arbeitest und daran glaubst. Es ist mir eine Freude, Jonas. Erinnere dich immer daran, dass du alles erreichen kannst, wenn du hart arbeitest und daran glaubst. Ich werde mein Bestes geben und nie aufgeben, Papa. Ich werde mein Bestes geben und nie aufgeben, Papa. Das ist der Geist. Gemeinsam werden wir viele Erfolge sehen. Das ist der Geist. Ich freue mich darauf, Papa. Lasst uns anfangen, den Plan umzusetzen. Ich freue mich darauf, Papa. Lasst uns anfangen, den Plan umzusetzen. Guten Morgen, Jonas. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Jonas. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Papa. Mir geht es gut. Danke. Und dir? Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Papa. Mir geht es gut. Danke. Und dir? Guten Morgen, Papa. Mir geht es auch gut. Jonas, ich möchte mit dir über die Schule sprechen. Ich möchte mit dir über die Schule sprechen. War, Papa. Was ist mit der Schule? Was ist mit der Schule? Was ist mit der Schule? Ich habe gesehen, dass deine Noten gefallen sind. Es ist wichtig, dass du mehr lernst. Ich habe gesehen, dass deine Noten gefallen sind. Es ist wichtig, dass du mehr lernst. Ich weiß, Papa. Ich werde versuchen, mehr Zeit mit meinen Hausaufgaben zu verbringen. Ich weiß, Papa. Ich werde versuchen, mehr Zeit mit meinen Hausaufgaben zu verbringen. Das ist gut, Jonas. Bildung ist sehr wichtig für deine Zukunft. Du solltest auch genügend schlafen. Du solltest auch genügend schlafen. Danke für den Rat, Papa. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin immer hier, um dir zu helfen. Ich bin immer hier, um dir zu helfen. Wir können zusammen einen Plan machen, um deine Zeit besser zu organisieren. Das klingt gut. Ich möchte meine Noten verbessern. Das klingt gut. Ich möchte meine Noten verbessern. Das freut mich zu hören. Lass uns zusammenarbeiten und positiv bleiben. Das freut mich zu hören. Lass uns zusammenarbeiten und positiv bleiben. Wie können wir anfangen, Papa? Hast du Ideen? Ja, zuerst sollten wir einen festen Zeitplan für deine Hausaufgaben und Lernzeiten erstellen. Wie sieht dein normaler Tag aus? Ja, zuerst sollten wir einen festen Zeitplan für deine Hausaufgaben und Lernzeiten erstellen. Wie sieht dein normaler Tag aus? Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause. Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause. Dann spiele ich ein bisschen und mache danach meine Hausaufgaben. Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause. Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause. Dann spiele ich ein bisschen und mache danach meine Hausaufgaben. gut, wir können eine bestimmte Zeit zum Lernen festlegen. Wie wäre es, wenn du jeden Tag von 16 bis 18 Uhr lernst? Das klingt machbar. Ich denke, das kann ich tun. Das klingt machbar. Ich denke, das kann ich tun. Das klingt frau. Ich denke, das ist ein paar Masken. Perfekt! Und denk daran, Pausen sind auch wichtig. Du kannst nach jeder Stunde eine kurze Pause machen. Perfekt! Und denk daran, Pausen sind auch wichtig. Du kannst nach jeder Stunde eine kurze Pause machen. Verstanden, Papa. Ich werde sicherstellen, dass ich Pausen mache und mich nicht zu sehr anstrenge. Verstanden, Papa. Ich werde sicherstellen, dass ich Pausen mache und mich nicht zu sehr anstrenge. Ich bin stolz auf dich, dass du bereit bist, Veränderungen zu machen. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich bin stolz auf dich, dass du bereit bist, Veränderungen zu machen. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Danke, Papa, für deine Unterstützung. Ich fühle mich besser, jetzt wo wir einen Plan haben. Danke, Papa, für deine Unterstützung. Ich fühle mich besser, jetzt wo wir einen Plan haben. Immer gerne, mein Sohn. Lass uns positiv in die Zukunft blicken und hart arbeiten. Immer gerne, mein Sohn. Lass uns positiv in die Zukunft blicken und hart arbeiten. Ja, Papa, ich möchte dich stolz machen und gute Noten bekommen. Ja, Papa, ich möchte dich stolz machen und gute Noten bekommen. Du machst mich bereits stolz, Jonas, indem du verantwortlich bist und dich bemühst. Gute Noten sind wichtig, aber dein Einsatz und deine Einstellung sind es ebenso. Du machst mich bereits stolz, Jonas, indem du verantwortlich bist und dich bemühst. Gute Noten sind wichtig, aber dein Einsatz und deine Einstellung sind es ebenso. Es geht nicht nur um die Noten, sondern auch darum, wie ich lerne und wachse. Es geht nicht nur um die Noten, sondern auch darum, wie ich lerne und wachse. Wir lernen aus Erfahrungen, nicht nur aus Büchern. Ich werde versuchen, aus allem, was ich lerne und wachse. Das ist der richtige Weg, mein Sohn. Und ich werde immer hier sein, um dich zu unterstützen und zu leiten. Das ist der richtige Weg, mein Sohn. Und ich werde immer hier sein. Und ich werde immer hier sein, um dich zu unterstützen und zu leiten. Danke, Papa. Danke, Papa. Deine Worte geben mir viel Mut und Motivation. Es ist mir eine Freude, Jonas. Es ist mir eine Freude, Jonas. Jonas. Erinnere dich immer daran, dass du alles erreichen kannst, wenn du hart arbeitest und daran glaubst. Ich werde mein Bestes geben und nie aufgeben, Papa. Ich werde mein Bestes geben und nie aufgeben, Papa. Das ist der Geist. Das ist der Geist. Ich werde mein Bestes geben und nie aufgeben, Papa. Gemeinsam werden wir viele Erfolge sehen. Ich freue mich drauf, Papa. Ich freue mich darauf, Papa. Lasst uns anfangen, den Plan umzusetzen. Guten Morgen, Jonas. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Papa. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Jonas, ich möchte mit dir über die Schule sprechen. Ja, Papa? Was ist mit der Schule? Ich habe gesehen, dass deine Noten gefallen sind. Es ist wichtig, dass du mehr lernst. Ich weiß, Papa. Ich werde versuchen, mehr Zeit mit meinen Hausaufgaben zu verbringen. Das ist gut, Jonas. Bildung ist sehr wichtig für deine Zukunft. Du solltest auch genügend schlafen. Danke für den Rat, Papa. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin immer hier, um dir zu helfen. Wir können zusammen einen Plan machen, um deine Zeit besser zu organisieren. Das klingt gut. Ich möchte meine Noten verbessern. Das freut mich zu hören. Lass uns zusammenarbeiten und positiv bleiben. Wie können wir anfangen, Papa? Hast du Ideen? Ja, zuerst sollten wir einen festen Zeitplan für deine Hausaufgaben und Lernzeiten erstellen. Wie sieht dein normaler Tag aus? Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause, dann spiele ich ein bisschen und mache danach meine Hausaufgaben. Gut, wir können eine bestimmte Zeit zum Lernen festlegen. Wie wäre es, wenn du jeden Tag von 16 bis 18 Uhr lernst? Das klingt machbar. Ich denke, das kann ich tun. Perfekt. Und denk daran, Pausen sind auch wichtig. Ich werde sicherstellen, dass ich Pausen mache und mich nicht zu sehr anstrenge. Sehr gut, Jonas. Ich bin stolz auf dich, dass du bereit bist, Veränderungen zu machen. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Danke, Papa, für deine Unterstützung. Ich fühle mich besser, jetzt wo wir einen Plan haben. Immer gerne, mein Sohn. Lass uns positiv in die Zukunft blicken und hart arbeiten. Ja, Papa. Ich möchte dich stolz machen und gute Noten bekommen. Du machst mich bereits stolz, Jonas, indem du verantwortlich bist und dich bemühst. Gute Noten sind wichtig, aber dein Einsatz und deine Einstellung sind es ebenso. Ich verstehe, Papa. Es geht nicht nur um die Noten, sondern auch darum, wie ich lerne und wachse. Genau, Jonas. Ich werde versuchen, aus allem, was ich tue, zu lernen, nicht nur in der Schule. Das ist der richtige Weg, mein Sohn. Und ich werde immer hier sein, um dich zu unterstützen und zu leiten. Danke, Papa. Deine Worte geben mir viel Mut und Motivation. Es ist mir eine Freude, Jonas. Erinnere dich immer daran, dass du alles erreichen kannst, wenn du hart arbeitest und daran glaubst. Ich werde mein Bestes geben und nie aufgeben, Papa. Das ist der Geist. Gemeinsam werden wir viele Erfolge sehen. Ich freue mich darauf, Papa. Lasst uns anfangen, den Plan umzusetzen. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Papa. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Jonas, ich möchte mit dir über die Schule sprechen. Ja, Papa? Was ist mit der Schule? Ich habe gesehen, dass deine Noten gefallen sind. Es ist wichtig, dass du mehr lernst. Ich weiß, Papa. Ich werde versuchen, mehr Zeit mit meinen Hausaufgaben zu verbringen. Das ist gut, Jonas. Bildung ist sehr wichtig für deine Zukunft. Du solltest auch genügend schlafen. Danke für den Rat, Papa. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin immer hier, um dir zu helfen. Wir können zusammen einen Plan machen, um deine Zeit besser zu organisieren. Das klingt gut. Ich möchte meine Noten verbessern. Das freut mich zu hören. Lass uns zusammenarbeiten und positiv bleiben. Wie können wir anfangen, Papa? Hast du Ideen? Ja, zuerst sollten wir einen festen Zeitplan für deine Hausaufgaben und Lernzeiten erstellen. Ich komme um 15 Uhr von der Schule nach Hause. Dann spiele ich ein bisschen und mache danach meine Hausaufgaben. Wie wäre es, wenn du jeden Tag von 16 bis 18 Uhr lernst? Das klingt machbar. Und denk daran, Pausen sind auch wichtig. Du kannst nach jeder Stunde eine kurze Pause machen. Ich werde sicherstellen, dass ich Pausen mache und mich nicht zu sehr anstrenge. Sehr gut, Jonas. Ich bin stolz auf dich, dass du bereit bist, Veränderungen zu machen. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Danke, Papa, für deine Unterstützung. Ich fühle mich besser, jetzt, wo wir einen Plan haben. Immer gerne, mein Sohn. Lass uns positiv in die Zukunft blicken und hart arbeiten. Ja, Papa. Ich möchte dich stolz machen und gute Noten bekommen. Du machst mich bereits stolz, Jonas, indem du verantwortlich bist und dich bemühst. Gute Noten sind wichtig, aber dein Einsatz und deine Einstellung sind es ebenso. Ich verstehe, Papa. Es geht nicht nur um die Noten, sondern auch darum, wie ich lerne und wachse. Genau, Jonas. Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Ich werde versuchen, aus allem, was ich tue, zu lernen, nicht nur in der Schule. Das ist der richtige Weg, mein Sohn. Und ich werde immer hier sein, um dich zu unterstützen und zu leiten. Danke, Papa. Deine Worte geben mir viel Mut und Motivation. Es ist mir eine Freude, Jonas. Erinnere dich immer daran, dass du alles erreichen kannst, wenn du hart arbeitest und daran glaubst. Ich werde mein Bestes geben und nie aufgeben, Papa. Das ist der Geist. Gemeinsam werden wir viele Erfolge sehen. Ich freue mich darauf, Papa. Lasst uns anfangen, den Plan umzusetzen. Ja, lasst uns das tun. Wir können heute Abend damit beginnen, deinen Schreibtisch zu organisieren und die Materialien zu sammeln, die du für das Lernen brauchst. Das ist eine gute Idee. Ein organisierter Platz wird mir helfen, mich besser zu konzentrieren. Genau, und es hilft, die richtige Lernumgebung zu schaffen. Außerdem können wir gemeinsam deinen Stundenplan überprüfen und sicherstellen, dass du genug Zeit für jedes Fach hast. Ich denke, das wird wirklich helfen. Ich bin froh, dass wir das zusammen machen, Papa. Ich auch, Jonas. Es ist wichtig, dass wir als Team arbeiten. Deine Bildung ist eine gemeinsame Anstrengung zwischen uns. Ich verstehe das jetzt. Gemeinsam sind wir stärker, nicht wahr? Ja, absolut, Jonas. Mit Unterstützung und Zusammenarbeit können wir alle Herausforderungen bewältigen. Danke, Papa. Ich fühle mich jetzt viel zuversichtlicher. Das ist wunderbar zu hören. Ich bin bereit, mich anzustrengen und meine Ziele zu erreichen. Das ist die richtige Einstellung, Jonas. Wenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast, bin ich hier, um zu helfen. Das bedeutet mir viel, Papa. Es ist gut zu wissen, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Und vergiss nicht, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind. Sie sind Gelegenheiten zu lernen und zu wachsen, nicht etwas, wovor man Angst haben muss. Ich werde versuchen, das zu bedenken. Ich weiß, dass ich nicht perfekt sein muss, sondern dass ich aus jedem Fehler lernen kann. Genau, Jonas. Es geht darum, besser zu werden und sich selbst zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass du viel erreichen wirst. Ich auch, Papa. Danke, dass du an mich glaubst. Nun lass uns diesen Plan in Aktion setzen und gemeinsam Erfolg haben. Ja, lass uns das machen. Zusammen können wir es schaffen. Gut, dann beginnen wir heute mit einer neuen Routine. Wir passen uns an und verbessern uns, wo es nötig ist. Ich bin aufgeregt, neue Gewohnheiten zu entwickeln und zu sehen, wie sie mir helfen, besser zu werden. Es wird spannend, deine Fortschritte zu beobachten. Ich werde mich auf die kleinen Siege konzentrieren und darauf aufbauen. Wir bewerten regelmäßig, was funktioniert und was wir anpassen müssen, um sicherzustellen, dass du auf dem besten Weg bist. Ich schätze deine Hilfe und Führung, Papa. Ich fühle mich motivierter denn je. Das freut mich zu hören. Deine Motivation und dein Eifer sind der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind ein Team und zusammen werden wir großartige Dinge erreichen. Ja, Papa. Wir werden zeigen, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten und uns unterstützen. Genau, Jonas. Lasst uns mit Zuversicht und Entschlossenheit in die Zukunft schauen. Ja, lasst uns das tun. Wir können heute Abend damit beginnen, deinen Schreibtisch zu organisieren und die Materialien zu sammeln, die du für das Lernen brauchst. Das ist eine gute Idee. Ein organisierter Platz wird mir helfen, mich besser zu konzentrieren. Ja, lasst uns das tun. Wir können heute Abend damit beginnen, deinen Schreibtisch zu organisieren und die Materialien zu sammeln, die du für das Lernen brauchst. Das ist eine gute Idee. Ein organisierter Platz wird mir helfen, mich besser zu konzentrieren. Ja, lasst uns das tun. Wir können heute Abend damit beginnen, deinen Schreibtisch zu organisieren und die Materialien zu sammeln, die du für das Lernen brauchst. Das ist eine gute Idee. Ein organisierter Platz wird mir helfen, mich besser zu konzentrieren. Genau, und es hilft, die richtige Lernumgebung zu schaffen. Genau, und es hilft, die richtige Lernumgebung zu schaffen. Außerdem können wir gemeinsam deinen Stundenplan überprüfen und sicherstellen, dass du genug Zeit für jedes Fach hast. Ich denke, das wird wirklich helfen. Ich bin froh, dass wir das zusammen machen, Papa. Ich bin froh, dass wir das zusammen machen, Papa. Ich auch, Jonas. Es ist wichtig, dass wir als Team arbeiten. Deine Bildung ist eine gemeinsame Anstrengung zwischen uns. Ich verstehe das jetzt. Gemeinsam sind wir stärker, nicht wahr? Ich auch, Jonas. Es ist wichtig, dass wir als Team arbeiten. Deine Bildung ist eine gemeinsame Anstrengung zwischen uns. Ich verstehe das jetzt. Gemeinsam sind wir stärker, nicht wahr? Ich auch, Jonas. Es ist wichtig, dass wir als Team arbeiten. Deine Bildung ist eine gemeinsame Anstrengung zwischen uns. Ich verstehe das jetzt. Gemeinsam sind wir stärker, nicht wahr? Absolut, Jonas. Mit Unterstützung und Zusammenarbeit können wir alle Herausforderungen bewältigen. Danke, Papa. Ich fühle mich jetzt viel zuversichtlicher. Ich fühle mich jetzt viel zuversichtlicher. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar zu hören. Lass uns diesen Weg mit Zuversicht und Engagement gehen. Ja, Papa. Ich bin bereit, mich anzustrengen und meine Ziele zu erreichen. Ich bin bereit, mich anzustrengen und meine Ziele zu erreichen. Ich bin bereit, mich anzustrengen und meine Ziele zu erreichen. Ich bin bereit, mich anzustrengen und meine Ziele zu erreichen. Das ist die richtige Einstellung, Jonas. Erinnere dich immer daran, dass du nicht allein bist. Wenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast, bin ich hier, um zu helfen. Das bedeutet mir viel, Papa. Es ist gut zu wissen, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Das ist die richtige Einstellung, Jonas. Erinnere dich immer daran, dass du nicht allein bist. Wenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast, bin ich hier, um zu helfen. Das bedeutet mir viel, Papa. Es ist gut zu wissen, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Das ist die richtige Einstellung, Jonas. Erinnere dich immer daran, dass du nicht allein bist. Wenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast, bin ich hier, um zu helfen. Das bedeutet mir viel, Papa. Es ist gut zu wissen, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Und vergiss nicht, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind. Sie sind Gelegenheiten zu lernen und zu wachsen, nicht etwas, wovor man Angst haben muss. Ich werde versuchen, das zu bedenken. Ich weiß, dass ich nicht perfekt sein muss, sondern dass ich aus jedem Fehler lernen kann. Und vergiss nicht, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind. Sie sind Gelegenheiten zu lernen und zu wachsen, nicht etwas, wovor man Angst haben muss. Ich werde versuchen, das zu bedenken. Ich weiß, dass ich nicht perfekt sein muss, sondern dass ich aus jedem Fehler lernen kann. Und vergiss nicht, dass Fehler Teil des Lernprozesses sind. Sie sind Gelegenheiten zu lernen und zu wachsen, nicht etwas, wovor man Angst haben muss. Ich werde versuchen, das zu bedenken. Ich weiß, dass ich nicht perfekt sein muss, sondern dass ich aus jedem Fehler lernen kann. Genau, Jonas. Es geht darum, besser zu werden und sich selbst zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass du viel erreichen wirst. Ich auch, Papa. Danke, dass du an mich glaubst. Ich bin überzeugt, dass du viel erreichen wirst. Genau, Jonas. Es geht darum, besser zu werden und sich selbst zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass du viel erreichen wirst. Ich auch, Papa. Danke, dass du an mich glaubst. Ich bin überzeugt, dass du viel erreichen wirst. Genau, Jonas. Es geht darum, besser zu werden und sich selbst zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass du viel erreichen wirst. Ich auch, Papa. Danke, dass du an mich glaubst. Immer Jonas. Nun lass uns diesen Plan in Aktion setzen und gemeinsam Erfolg haben. Ja, lass uns das machen. Zusammen können wir es schaffen. Immer Jonas. Nun lass uns diesen Plan in Aktion setzen und gemeinsam Erfolg haben. Ja, lass uns das machen. Zusammen können wir es schaffen. Nun lass uns diesen Plan in Aktion setzen und gemeinsam Erfolg haben. Ja, lass uns das machen. Zusammen können wir es schaffen. Gut, dann beginnen wir heute mit einer neuen Routine. Wir passen uns an und verbessern uns, wo es nötig ist. Ich bin aufgeregt, neue Gewohnheiten zu entwickeln und zu sehen, wie sie mir helfen, besser zu werden. Gut, dann beginnen wir heute mit einer neuen Routine. Wir passen uns an und verbessern uns, wo es nötig ist. Ich bin aufgeregt, neue Gewohnheiten zu entwickeln und zu sehen, wie sie mir helfen, besser zu werden. Gut, dann beginnen wir heute mit einer neuen Routine. Wir passen uns an und verbessern uns, wo es nötig ist. Ich bin aufgeregt, neue Gewohnheiten zu entwickeln und zu sehen, wie sie mir helfen, besser zu werden. Es wird spannend, deine Fortschritte zu beobachten. Denke daran, dass kleine Schritte zu großen Veränderungen führen. Ich werde mich auf die kleinen Siege konzentrieren und darauf aufbauen. Es wird spannend, deine Fortschritte zu beobachten. Denke daran, dass kleine Schritte zu großen Veränderungen führen. Ich werde mich auf die kleinen Siege konzentrieren und darauf aufbauen. Ich werde mich auf die kleinen Siege konzentrieren und darauf aufbauen. Das ist ein hervorragender Plan, Jonas. Wir bewerten regelmäßig, was funktioniert und was wir anpassen müssen, um sicherzustellen, dass du auf dem besten Weg bist. Ich schätze deine Hilfe und Führung, Papa. Ich fühle mich motivierter denn je. Das ist ein hervorragender Plan, Jonas. Wir bewerten regelmäßig, was funktioniert und was wir anpassen müssen, um sicherzustellen, dass du auf dem besten Weg bist. Ich schätze deine Hilfe und Führung, Papa. Ich fühle mich motivierter denn je. Das ist ein hervorragender Plan, Jonas. Das ist ein hervorragender Plan, Jonas. Das freut mich zu hören. Deine Motivation und dein Eifer sind der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind ein Team und zusammen werden wir großartige Dinge erreichen. Ja, Papa. Wir werden zeigen, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten und uns unterstützen. Wir werden zeigen, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Wir werden zeigen, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten und uns unterstützen. Das freut mich zu hören. Deine Motivation und dein Eifer sind der Schlüssel zum Erfolg. Deine Motivation und dein Eifer sind der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind ein Team und zusammen werden wir großartige Dinge erreichen. Ja, Papa. Wir werden zeigen, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten und uns unterstützen. Genau, Jonas. Lasst uns mit Zuversicht und Entschlossenheit in die Zukunft schauen. Genau, Jonas. Lasst uns mit Zuversicht und Entschlossenheit in die Zukunft schauen. Wir werden sehen, was wir machen können, wenn wir zusammenarbeiten können.